Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, die Setrack-Invasion anzunehmen bei Bestienmutter Jabati in Sultasar. An dieser Position darf nun 12 Eindringling der Setrack töten. Hier sieht man schon einer, der Voltquark getötet. So, das sind diese Schlangengestalten hier. Ja, ich werde auch gleich einige zusammen pullen, damit es schneller geht. So, die Hälfte habe ich nun. Geht ganz gut, finde ich. Neun Feind, 12. Euer Lanz wird als nächstes fallen. Und der letzte. Quest ist bereit zur Abgabe. Quest ist abzugeben bei Bestienmutter Jabati in Sultasar. An dieser Position. Danke fürs Zuschauen. Hoffe mein Video hat euch geholfen. Ciao. Ciao.